Warte! Jetzt weiß ich! Psst, leise! Boah! Guck mal, Laura Stern ist da. Ist ja komisch, das Konzert handelt von einer Legende. Hier steht, jedes Jahr schleicht sich in der Nacht der Dunkelheit in die Dörfer und Städte, um die Menschen zu verjagen. Nian kommt als Vorbote der schwarzen Wolke, die danach trachtet, sich über das ganze Land zu legen und es in ewige Finsternis zu tauchen. Wenn das Funkeln des letzten Sterns verschluckt wird, kann der Frühling niemals wiederkehren und es bleibt für immer dunkel. Ach, gruselig. Baukeksen gezähmt werden. Nian! Wo bist du? Ling, Ling, Gin, Ning! Herzlich willkommen in China. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung, dass der Taxi war. Ach, das ist kein Problem. Ich freue mich mit Ihnen zusammenspielen. Jetzt müssen wir Ling, Ling erzählen. Weißt du, wo sie ist? Nian! Hey, Nian! Ah! Das ist nicht unser Nian. Das ist ein neues Kostüm.